hallo und herzlich willkommen hier wieder beim casino simulei da mal kicken was unter casino so sagt wir hatten das ja beim letzten mal schon ein bisschen äußerlich können wir es noch ein bisschen aufpäppeln aber wir haben ja okay doch eigentlich 2187 dollar aber wir wollten irgendwas machen manchmal öben machen wir genau den roulette tisch wollten wir noch erweitern sagt ja mal zwei dinge an ich spinne ja mal drei automaten aneinander wunderbar die theke war eigentlich hochgefüllt garnelen zigarren aber nicht mehr viele zigaretten haben wir dafür und noch ein bisschen whisky so kommt mal rein ackern jetzt mein gott denn los mit dem licht kann das nicht alles kann ich doch hier ist jetzt alles nicht betrüger wer ist hier der betrüger der kriegt lehne auf der fresse scheiße kann dreck sack passt auf mein knüppel auf ja jetzt habt ihr gleich zu tun ok mr roulette hat zu tun so jetzt hier bei dir auch kaum jetzt ist los richtig 1,22 sterne ist schon in ordnung geht langsam hoch was mit euch und ja sehr gut in der geld verloren und in der wieder gewonnen hey pass mal auf keule wir haben da so ein hinterzimmer da werden finger gebrochen ich sag es nur ich sag es nur ganz ehrlich ich sag es nur aber so oft er will schrimmst garnelen meinig abig steak habe ich steak habe ich nicht aber komm ich darauf dass ich steak habe er will ein ziaretten hier in sushi und steak habe ich nicht weil das mit sekt champagne ohne wer ist dann betrüger er betrüge ich da die kippe gerade gehofft hat mein gott das liegt nur daran wollt ihr so beschissen angezogen seid ich schwört euch wer hat gewonnen kackt ihr ey dieses ist das beste casino was wollten wir jetzt eigentlich wir wollten doch was kaufen ne ja den roulette tisch ja oder nehmen wir ein blackjack tisch hat es mal so ein auto 5.000 brauchen wir auf jeden fall sind die sauerstoff scheiße stripperin ist alle zu klein dafür ne normalerweise renovierungsfirma flächen erweiterung 2000 wir müssen die fläche eigentlich erweitern das wäre vielleicht sogar noch ein stück wichtiger als das andere so die haben verloren 3000 ich glaube ich erweitere die fläche aber nicht hier ja betrüger was ist denn bitte du solltest das jetzt hier verlassen ok nehmen platzieren gut sag ich mal her entfernen nehmen platzieren platzieren mitarbeiter hallo wo willst du denn guck mal wieder her ey so er will jetzt ok er will jetzt doch keine zierrat mehr er haut ab zweimal whisky 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 das haben wir leider nicht sorry äh da jetzt kommt die naja ist egal kann man wenn wir das nicht irgendwo hier hinten machen so den eimer nehmen wir auch mal weg der ist mir vor die füße gefallen wir machen das mal hier hinten so weit weg ne außer sicht betrüger den kloppe ich jetzt so dermaßen was auf die fresse der kalt kommen sie rein wehren sie uns knüppeln da hinten und wir nehmen warte wir stellen die automaten um und hier hinten haben sie eine ruhige fläche So, neben der Pflanzen, was ist das eigentlich für eine Tür? Sauerstofftank! What the fuck? Durch das Öffnen des Sauerstofftanks können sie die Luftqualität im Casino verbessern und die Spieler dazu bringen, länger zu bleiben. 4.000! Leck mich in der Fresse! Das ist teuer! Okay, Sauerstofftanks lassen die Leute länger bleiben, aber... Ist aber auch teuer. Guck mal hier, mit ein bisschen Abstand. Die Qualität hat sich auch verbessert. Jetzt mit ein bisschen Abstand. So, der hat verloren. Sehr gut. Freut mich. What the fuck? Auch wenn ich Geld verloren habe, mochte ich es hier. Aha! Guck mal, da oben steht es auch. 0 Liter. Alright, 0 Liter. So, die packen wir... ...schön alle da hinten hin. So, genau. Wo in genau? What's so in this? Hast du hier one da hinten, oder? Kommt ja nie in Tüte, ne? Wir brauchen unbedingt das hier. Sauerstofftanks. Aber was ist denn hier mit Rechnung, ne? Zahlung? Nischt. Licht, certified, Bauunternehmen. Sieht aus, als wenn es in Alufolie eingepackt ist. Das schwarze hier, das sieht ganz cool aus. 2500. Ich weiß nicht, ob das was bringt, ne? Ob die Optik... ...von dem Casino was bringt. Das ist natürlich the question. Ah, verloren hier? Ja, sehr schön. Geh mal zum Automaten, genau. Wo der Rücken aus hier peitscht, oder was? Rote Streben auf dem Rücken. Komm mal ran hier. Wie ist es auch zum Automaten? Sehr schön. Ich werde ein bisschen Geld sammeln. Ich will nämlich nicht... ...ähm... ...pleite gehen. Wo ich jetzt schon alles raushaue, ne? Hier auf der Seite könnten wir dann die, ähm... ...die anderen... ...Automaten irgendwann mal machen, ne? Also ein bisschen, damit das wenigstens ein bisschen da was aussieht. Der Trüger. Bist hier gerade reingekommen? Der Zeck gibt was aufs Maul. Alter, du kriegst so... Ja. Na, das tut gut, ne? Siehst du, als Massage. Ja, okay. Sie macht das hier, auch wenn... Du wirst noch schreien, Junge. Gut, ne? Scheiß Betrüger. Großartig. Das freut mich. Das freut mich wirklich... ...sehr. Großartig. Sofa? Können wir da irgendwie genau... ...guck mal. Ich hol das. Tausender. So ne bequeme Sitzecke. Hier so, ne? Geht das da hin? Jawohl. Gut, verloren. Sehr schön. Setzt er sich hin? Er setzt sich hin. Sehr gut. Der mischte Garnelen, obwohl er gerade gewonnen hat. Den klopp ich eh ne. Hier hast du deine Drecksgarnelen. Boah, scheiße. Da hinten hat auch schon wieder einer gewonnen. Setzt er sich jetzt auch da hin? Ja, cool. Gemütliche Sitzecke. Geil. Das Casino lebt. Er lebt. Trotzdem müssen wir noch Roulette-mäßig machen, ne? Das hier muss auch noch aufgepäppelt werden. Ich glaub, Poker bringt mehr wegen dem Tisch und so. Wie sieht's denn aus? Haben wir hier ne Bank oder sowas? Zwecks. Kredit. Reinigungskraft. Leibwächter. Das ist mir alles noch zu viel, ne? Boden. Sieht nicht aus. Scheiße. Das müssen wir investieren. Das sieht gut aus. Was soll der Dreck hier? Kannst du die ja wegreißen? Jetzt haben wir da die Scheiße weggemacht. Kacke. Welche hatten wir denn da? Die hier, ne? Egal. Hier kommt der helle Bereich. Hier kommt der dunkle Bereich. Betrugiger. Du hast Glück. Ich muss erst Müll wegschmeißen. Du rate. Oh, scheiße. Das war die falsche. Dafür kriegt er ein paar mehr. Sie hat gewonnen, deswegen. Krieg ich die noch? Mist, hast du ein Glück, ey. Die hat betrogen und ist davon gekommen. Will der Garnelen? Garnelen. Sehr schön. Jut, 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 jut. 1,39. Sehr schön. Läuft gut, läuft gut. Okay, 1.205. Wir müssen ein bisschen... Der hat schon wieder gewonnen da hinten, ey. Ist nicht ganz so geil, wenn ich ehrlich bin. Die Wand haben wir da rot gemacht. Der will ein Whisky. Kann er haben. Teuer, wa? Was hat denn das jetzt die Koste? Ein Hunderter? Der Whisky? Der Tag ist vorbei. Sehr schön. Verpiss mal. Ich verpiss mal jetzt. Da laufen sie, äh, die Maschinen. Oh. Wir brauchen noch die Tanks. Leute, wir brauchen noch die Tanks. Bip, 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 bip. So, ich kenne Zeit. Ich muss wieder zurück. 1.214. Hat da noch einer verloren am Ende? So, kurzer zwei. Ah, das Ding ist offen. Ja, gut. Ich will nur nicht, wenn ich gleich 1.5 habe, gleich die Tanks kaufen, ne? Oder den Tank. So, Wände, Decke. Decke ist eigentlich... Müssen wir alles machen später, ne? Mal das später mal. Was haben wir hier eigentlich noch? Boah, hier geht der... Boah, älter. Hier kommt ja noch richtig scheiße, ne? Guck mal, ein Swanny. Das Teil war ja riesig. Vielleicht können wir das wieder... Das ist nicht gut. Das Ding war mega. Mega groß. Genau. Warte. Kleinlassen. Das platzieren wir hinter ihr. Und das wird diesmal auf der Seite hier platziert. Zack. Genau. Zack, leer alle am Automaten. Natürlich. Der will Zigarre da hinten. Haben wir noch einer, hat er Glück. Der hat wohl was zu feiern hier, oder? So, da sind sie. Roulette- und Pokerspieler. Das ist eigentlich auch ganz geil. Oh, Alter, wo kommen die Hohle auf einmal her? Muss noch ein bisschen Deko hier verteilen. Mal hier bar. Und... Zack. Damit so das Casino-Ambiente. Jetzt werde ich nirgendwo anders mehr Glücksspiele spielen. Scheiße. Mach mal Platz hier. Der braucht da irgendwie Garnelen. Ja, Sushi wollen sie auch oft, ne? Müssen wir irgendwie mal... Was ist denn das hier? Achso. Da will ich auch Garnelen. Guck dir das mal an. 2437. Wir kaufen jetzt die Sauerstofftanks. Mirial. Zack. Zack. Ihr kurvt. Genau bei 1000. Ach, ich brauch den Tank. Gerade gedacht, hä, was ist denn jetzt los? Mal weg hier. Hinzufügen. Öffnen. Ich bin gespannt, wie lange die halten. So, 9,5 Liter. Oh, 127 verkackt. Garnelen. Kannst du haben. Oh, jetzt haben wir verloren. Jetzt haben wir aber gerade ein bisschen was verloren. Eigentlich wollte ich gerade ein bisschen... Sushi kaufen. Mal Sushi. Jetzt haben wir... Sushi ist draußen noch, ne? Sushi. So, wer wollte denn jetzt hier Sushi? Jetzt wollte gar keiner mehr Sushi, ihr kleinen Ratten. Dass man das hinzufügen kann wieder. Dann Garnelen. Und... Scheiße, was will der jetzt hier? Ja, Rette? Äh, Zigarren? Müssen wir gucken. Ähm, Alkohol. Wo waren die Zigarren? Hier. Gekurvt. Betrüger. Krieg kleine geknüppelt. Oh, richtig, den Schäppach. So, der macht es nie glatze weich. Hinten hoch. Ich war mal in der Baseball-Profi-Liga. Ich weiß, wie sowas klein geknüppelt wird. Sehr schön. Verloren, verloren, verloren. 1460 wieder. Der nimmt hier richtig Fahrt auf. Jetzt haben wir Sushi. Wir haben jetzt ein bisschen Zeug, ne? Whisky könnten wir ein bisschen nachmachen. Auf jeden Fall mit Zigaretten. Wir haben Garnelen. Wir haben Sushi. Wir haben Whisky noch 10. Wir können ein bisschen was bedienen. Sag ich mal so. Ein bisschen was können wir bedienen. Und wir sind schon wieder bei fast 2000. Betrüger. Sehr schön. Zack! Schön auf die Halbglatze hinten. Geil. Wenn das so weiter läuft, können wir schneller den Tisch hier holen, als wir kicken können. Wir brauchen den nämlich auch noch. Ey. Man hat da einer verloren. Man hört auf zu gewinnen, Leute. Champagner haben wir nicht. Sorry. Wir haben eine Menge da, aber Champagner haben wir nicht. Dann verpisst er mit deiner Scheiße da. Können wir den Knüppel? Den packen wir mal weg hier, ne? Mal lieber hier hin. Er hat hier gewonnen, die Ratte, Alter. Hier würde auch noch ein Tisch hinpassen, ne? Tisch. Ein Taui. Blackjack. Gekauft. Scheiß drauf. Wir sind immer noch bei 1000. 812. Sorry. Klasse, Alter. Wir stellen noch einen ein. Nicht... Guck mal her. Wen haben wir denn da? Der hier ist noch gut. Der kommt an den Blackjack-Tisch. Hier. Zuweisen. Betrüger. Mehr als genug, wie ich das hier gerade sehe. Bamm. Genial, zack. Ihr könnt gleich zusammen nach Hause wandern. Okay, 1385. Jetzt langsam. Jetzt fängt das an, langsam Bock zu machen hier. Wo ist denn der Penner? Sie. So, hier haben wir einmal Blackjack, Roulette und Poker. Gut, der hat zwar gewonnen, aber die anderen haben verloren. Ist in Ordnung. Der hat auch verloren da hinten. War geil. Prestige, 1,39. Ich glaube, wir brauchen mehr Deko-Quatsch, ne? Kann das sein? Wir brauchen mehr Deko-Quatsch. Baseballschläger kann man nur noch was besseres holen. Was ist denn aus mit so einer... Vielleicht eine Lampe? Hier ist es teuer. Okay, Garnelen. Sehr schön verloren. Jetzt haben wir drei große Tische, wo sie schön zocken. Da ballern wir noch. Guck mal hier. Schön. Okay, äh, was? Guck mal, da kommt das Gas raus. Wieder verloren. Ich habe keinen Wein, auch keinen Champagner. Tut mir leid. Aber, wir werden noch mal Sauerstoff nachbestellen. 1,5. Da will jemand Garnelen. Inzufügen, siehst du, 17 Liter. Betrüger, scheiße. Den muss ich zuerst verknüppeln, bevor ich euch essen gebe. Pissio, sag ich dir. Garnelen. Siehste. Gut. Kohle haben wir eigentlich so gut. 1,200, siehst du. Ja, ja, sehr schön. Und dadurch, dass die anderen enttöten... Er hat als Betrüger verloren. Hm. Lass mal einen Seitenscheitel ziehen. Mann, Alter. Nicht dein Ernst. Ich kann ja langsam mit dem Knüppel hier stehen bleiben, ne? Ich lass den Knüppel doch hier. Guck mal, hab ihn perfekt in die Wand gehangen. 1,5. Wunderbar. Da oben kommen die Gase raus. Der hat gewonnen. Aber trotzdem... Hab ich einen Plus gemacht. Aber der da hinten hat auch gewonnen. Geht mich schon wieder ein bisschen auf den Sack, Alter. 1,4 Sterne. Also allmählich sind wir hier ganz gut dabei. Gut, jetzt wirklich gerne warten, ne? Auf das wir uns mal einen besseren Automaten oder einen besseren Tisch holen können. Vielleicht Roulette mal erweitern, ne? Weil das wär ganz cool. Dann haben wir nur noch den Blackjack-Tisch hier als Piss. Die hat hier gewonnen. Die Ratte. Aber der hat zeitgleich verloren. Sehr schön. So ist das schon mal geiler. Verloren. Jetzt sitzt er erstmal in die Barscheiße. Betrüger. Ihr Kackig-Watt, Alter. Piss you. So, weg den Müll. Die hat gewonnen. Ma'am, äh, kommen Sie mal kurz mit hinter hier ins Zimmer hinten. Ähm. Ich wollte Ihnen da mal was zeigen. Der werde ich was knüppeln, werde ich der. So, verloren, verloren, verloren. Super. Verloren. Besser ist es. Ja, zwei, sieben. Alter. Garnelen, Zigarren. Was ist denn jetzt los? Steak führen wir leider nicht. Sorry. Das führen wir leider nicht. Könnten wir machen, aber... Steak? Gleich ein geiler Steak. Gebt das her, die Kiste. Will der noch? Will noch. Oh, fette Steak. Bitte sehr. Jetzt führen wir das. Dank Ihnen. Ja, aber das ist halt gut. Das bringt halt auch Kohle. Alter, 3000 und... Was ist denn hier los? Und wir haben das alles, ne? Sushi. Pianelen. Zwei mal Steak. Wow. Jetzt fehlen nur noch die Getränke. Champagner, Wein. Wir müssen mal Whisky nachbestellen, ne? Was denn? Oh, fuck, ist das teuer. Wein auch. Champagner ist teuer. Das muss dann auch wertvoll sein. Äh, 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 was heißt wertvoll sein? Ich meine, das muss dann auch preismäßig verkaufen. Muss es sehr gut sein, ne? Sie haben nur noch... Kommt, Alter, jetzt kommt's. 1800. 1800. Äh, äh, scherze. So, ich muss den... Was ist denn jetzt los? 1800. Fuck. Fuck. 1800 ist... Ui, ui, ist viel. Aber das kriegen wir drin. Scheiße, ich hab das angelassen, ne? CO2... Äh, die, äh, Gaskacke da. Scherze. Saving game. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Schnell wieder zurück. Muss ich Geld machen. Muss Rechnung mitgehalten. Aber guck mal, ne 1,5er-Bewertung. Sterne-mäßig. Ist offen, los, hallo, wo seid ihr? Komm dran, wird ja ackert. Koffi sind schon da. Ne, hier ist noch keine Saus hier. Geht das alleine aus denn? Oder schließen? Guck mal, ich lasse das offen. 14 Liter, die halten ja ne Weile. Wo sind die denn? Hallo, ja, nun kommt ran. Da fehlt doch noch einer. Ne, die laufen hier ineinander. Rinnen, die wollen alle zocken, Leute. Was ist denn mit euch los? Die wollen zocken. Da, kommen sie. Bam, bam, bam. Alle rinnen hier. Rinnen, rinnen, rinnen. Ran an die Automaten, ihr Kacker. Ich brauch Geld. Ja, schön. Da wollte sie sich wohl nur ausmüllen hier, ne? So. Bleibt mal schön lange und hört mal auf, hier zu betrügen und verliert mal ehrlich euer Geld. So, oh, hier kommt die ganze Poker-Gemeinschaft. Und die Roulette-Gemeinschaft. Hier kommen sie jetzt alle, guck mal. Alter, Schwede. Boah, rein da in mein Casino. Jawohl. Zack, mach die Tische voll. Alle da. Jetzt können wir eigentlich nur drauf warten. Ähm. Die Geld verlieren und ob sie was essen wollen. Da, der will Zigaretten da hinten. Bummi-Mild. Steak, Steak, Zigarre, Zigaretten. Erstmal kommen die Steaks. Steak. Zigaretten. 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 Und Zigaretten. Ja, ihr sollt verlieren. Hier, Lotion. Betrüger? Betrüger? Hoppala, sorry. Wir waren versehen. Eins, sechs. Wir müssen die Rechnung bezahlen, ne? So, setzt da mit ran, da. Da ist noch Platz. Nicht doch. Ja, mach doch, was du willst. Hoppala, du zockst. Da haben sie auch verloren. So, auch verloren. Die Rechnung bezahlen, schnell. Zack. Wunderbar. Wir haben ein bisschen weniger. Oh, minus 91 Dollar. Schlecht. Ganz schlecht. Das Sushi wird es wieder raushauen. So, siehste. Champagner und Sushi. 88, 88. Wieso waren da so viele drinne? War das deswegen so teuer? Dann habe ich es nicht gesehen. Sorry. Dann habe ich es nicht gesehen. Was will der haben? Sushi, Steak. Die wollen ja alles haben. Sushi. Steak. Gut, wir sind wieder. Gut, im Plus. Mach mal hier nicht so einen Macken, Alter. Knallt das. Gut, das brauchen wir eigentlich nur ein bisschen warten. Kohle kommt schon mal alleine. Zwölf Liter von dem, ähm, Sauerstoff. Ist auch sehr gut. Eigentlich noch richtig viel. So, die haben schön verloren. Auch verloren. Noch mal verloren. Alter, ja, 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 ja. Jetzt gehen wir wieder Richtung 1000. Ach, die bleiben wirklich länger, ne? Die bleiben echt lange sitzen wegen dem... Gas. Champagner. Er will Champagner. Zack. Wunderbar. 1271 Dollar. So, er braucht erstmal eine Verschnaufpause. Ich habe jetzt so viel Geld verloren. So eine Scheiße. Betrüger. Hoppala. Also, Rechnung müssen wir ein bisschen drauf achten, ne? Also, da kommen gute 1,8 auf uns zu. Also heißt es ein bisschen Geld horten. Wohin, Fufi haben wir da auch schon bezahlt. Fufi, 20. Sag mal, Alter, der hat 700 gerade gewonnen. Kann das sein? Kann nicht sein. So viel hatten wir doch gar nicht, oder? Ah, diese Scheißbetrüger. Wunderbar. Und vorher noch seinen Müll abgeschmissen, bevor er gegangen ist. Älter, Schwede. 17. Besser, dass wir einen Knüppel hier behalten, ne? Ich leg den gleich mal hier hin. Oh. Oh, die wollen ja alles. Die wollen alles. Sushi. Steak. Garnelen. Champagner. Der will einen auf die Fresse. Ah, vorher will sie noch Champagner. Ah, vergiss es. Kriegst du nicht. Mann, Alter, den hat doch gerade auch das Fressen gebracht. Scheiße Schreie von denen. 2.400, 2.600, 2.800, sehr schön. Und da gewinnt er. Den müssten wir eigentlich rausschmeißen. 2.700. Also das mit drei Tische ist auf jeden Fall geil, aber ja klar, weil er eine ganze Menge mehr spielt, ne? Eine ganze Menge mehr spielen. 2.900, 3.050. Da hinten will einer Sushi. 3.300. Gut, okay, der hat gewonnen. 3.300. Zack, gib mal hier Sushi. Sehr schön. Brauchen wir beim nächsten Mal wirklich nur warten, ne? Bis wir, ähm, ja, dann brauchen wir jetzt wirklich nur noch warten, bis wir auf 5.000 kommen, um den Tisch zu verändern oder einen Automaten dazu kommen. Vielleicht würden wir auch erstmal noch einen Automat dazu bestellen. den guten, den guten Automaten, weil der bringt uns ja zusätzlich noch Geld, ne? Anstatt, wenn wir jetzt einen Tisch austauschen. Gut, wir könnten natürlich auch, ähm, nicht einen Tisch austauschen, sondern noch dazu kaufen, ne? Aber ich glaube, dafür fehlt uns der Platz. Ich glaube, dafür fehlt... Oh, 4.291. Ich glaube, dafür fehlt uns der Platz. Oh, die haben jetzt abgeräumt. Der hat wieder verloren. Und er ist ein Betrüger. Du wirst das Casino vorzeitig verlassen, mein Freund. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Wir sind ein ganzes Stück vorangekommen. Und, ähm, ich hoffe, es hat euch unterhalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut da rein und ciao!